Mitten in der Nacht in Berlin, aber ihr seht, die Tür ist auf. Das DDR-Museum hat für uns die Tore geöffnet. Wir können uns jetzt zwei Stunden exklusiv und vor allen Dingen alleine umschauen. Lediglich der Reinigungsdienst ist noch im Museum. Und gehen wir doch einfach mal rein. Ich erzähle währenddessen ein bisschen was zu dem DDR-Museum bzw. dem Leben in der DDR. Darum handelt nämlich dieses Museum. Für die Leute, die ein bisschen jünger sind als ich, Deutschland war ja geteilt in zwei Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Kurzer Exkurs in die Geschichte. Der ganze Staat des Sozialismus hat dann 28 Jahre Bestand gehabt, bis es dann zur Wiedervereinigung kam mit der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland in einem Gesamtdeutschland. Ja, und da waren wir wieder wiedervereinigt. Und hier in dem DDR-Museum kann man ein bisschen schauen, wie die Menschen damals hinter oder vor der Mauer, je nachdem wie man es gesehen hat, gelebt haben. Das große Problem der Menschen, wenn man von einem Deutschland ins andere Deutschland wollte, war halt die Mauer. Und hier sieht man sehr schön in dem ersten Modell, was mir hier begegnet, halt den sogenannten Todesstreifen. Hier sieht man halt sehr schön den Todesstreifen. Hier sieht man West-Berlin mit den Autos des Westens. Dann hier die erste Mauer. Ein Wachturm, schön gehakte Gegend, damit man genau sieht, welche Bewegungen dort stattfinden. Schön alles beleuchtet, damit man auch wirklich alles sieht. Und dann halt nochmal Sicherheitsanlagen. Das Ganze hieß dann auch antifaschistischer Schutz, da die sozialistische Welt ja geschützt werden sollte vor dem kapitalistischen Westen. Hier das Wappen, Zeichen der DDR, Hammer und Sichel, Zeichen der Arbeiter des Proletariats. Da kommt übrigens auch der Begriff des Prols her. Das wird abgeleitet von Proletariat, also dem einfachen Mann, den Arbeiter. Und natürlich dann hier sehr schön. Jeder kennt ihn auch gar nicht. Das ist angeblich alles aus Pappe, stimmt natürlich nicht. Das Fahrzeug ist hergestellt aus einem Stoff, der heißt Duoplast. Und das wiederum ist Baumwolle und Harz. Und das war damals ziemlich fickig, weil es günstig war. Und vor allen Dingen hatte die DDR die Ressourcen. Okay, sieht jetzt ein bisschen unspektakulär aus. Das ist aber dem geschuldet, dass wir hier früher rein durften. Denn normalerweise kann man hier eine Fahrbahn projiziert sehen. Ist jetzt leider nur eine weiße Fläche. Aber einfach mal in einem Trabi drin zu sitzen, ist doch einfach ganz cool. Ich habe gerade mal nachgeguckt, es sind noch mehrere tausend Trabis im deutschen Straßenverkehr, heute noch 2024 zugelassen. Der Palast der Republik leider abgerissen. Was war der Palast der Republik? Der Palast der Republik war erstmal der Ort, an dem die Volkskammer getagt hat. Also hier traf sich quasi die Regierung der DDR. Aber das Gebäude hatte noch einen höheren Sinn. Und zwar konnte der Bürger der DDR nach Terminzuteilung hier Konzertveranstaltungen besuchen. Auch von westlichen Künstlern wie Udo Lindenberg. Es gab Fernsehaufzeichnungen. Und im Gebäude gab es diverse Restaurants, die man testen konnte. Denn nur hier gab es auch mal Speisen, die man sonst vielleicht nur aus Paris kannte. In der DDR war ja nicht alles immer und überall verfügbar. Und hier im Museum konnte man sogar original Baustoffe aus dem Palast der Republik retten. Und man kann die wirklich anfassen. Macht auch gerne mal eine Tür auf an den Wänden. Denn dahinter verstecken sich auch immer noch Informationen. Die kann ich einfach alle nicht in diesem Video vorstellen. Und ihr sollt natürlich auch noch was erleben, wenn ihr selber das Museum für 13,50 Euro besucht. Es gibt auch eine Wand mit ganz viel Presse aus der DDR. Es gab eine riesige Pressevielfalt, wie ihr sehen könnt. Ich zähle mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Zeitungen gab es in der DDR. Hat aber gereicht, wenn ihr eine gelesen habt. Denn es stand überall das Gleiche drin. Hier sehe ich auch gerade die Zeitung Sputnik. Da fällt mir ein, der Name Trabi fürs Fahrzeug in der DDR ist nicht frei gewählt. Sondern der wurde in einer kleinen Umfrage gewählt. Und er heißt eigentlich komplett Trabi Trabant. Also Trabant der Begleiter. Hier bin ich in einem Kindergarten. Bei uns ist das ja häufiger mal ein Problem, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Damals in der DDR war das wohl nicht so. Aufgrund dessen, dass natürlich die Kinder früh erzogen werden sollten. Im sozialistischen Sinne. Und zum anderen wurde einfach die Arbeitskraft der Frau benötigt. Und daher mussten die Kinder in die Betreuung. Like da lassen. Danke. Autofans werden ihn sicherlich lieben. Die Staatskarosse der DDR, ein Volvo. Aus Schweden geliefert. 350 Stück wurden gebaut. Und tatsächlich gingen die meisten in die DDR. Wenn wir über den sozialistischen Teil Deutschlands sprechen, müssen wir auch über die Stasi sprechen. Quasi ein Geheimdienst, der die eigenen Bürger bespitzelt hat. Ja, und das hat vermutlich in solchen Räumen stattgefunden. Man hatte Kopfhörer, ich denke mal das wichtigste Utensil eines Stasi-Beamtens. Darüber konnte man halt die Wanzen abhören, die man zum Beispiel in deiner Wohnung versteckt hätte. Und man hatte Kassettenrekorder, um das Ganze aufzuzeichnen und um Beweismittel später zu haben in Gerichtsprozessen oder bei den Ermittlungen. Ich habe sogar in meiner Reportage gesehen, dass wenn Westbürger in den Osten Kassetten geschickt haben, diese einfach verschwunden sind. Man kann es auch Beschlossnamen nennen, weil die DDR-Grefer zu wenig Kassetten hatte. Und dann hat man sich einfach der Kassetten bedient, welche aus dem Westen kam. Kleine Geschichte, um nicht nachdenklich zu stimmen. Ich hatte das Erlebnis, dass ich im Gespräch war mit zwei ehemaligen Stasi-Offizieren. Und dann kamen wir zu dem Punkt, dass man über eine Person sprach, die uns allen dreien nicht bekannt war. Ja, und dann habe ich halt mal Google benutzt und dann habe ich ein kleines Referat über die Person gehalten. Und dann guckten sich diese beiden ehemaligen Stasi-Offiziere im Jahr so 2015 an. Und eine sagte, wenn wir das früher gehabt hätten. Ja, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich glaube mittlerweile, dass Google, Facebook viel mehr über mich weiß, als die Stasi damals gewusst hätte. Und die haben halt schon verdammt viele Achsenschränke gefüllt. Klingeln wir doch mal, um Einblick in eine ostdeutsche Wohnung zu bekommen. Nationale Front. Warum wir zum 1. Mai keine Fahne rausgehängt haben? Mir ist gerade so eine große Wäsche. Echter Wohnenkaffee war auch schwierig in der DDR zu bekommen, wie eigentlich fast alles, da die Devisen fehlten. Beim Kaffee reichte man den Bürgern einen Ersatzstoff, einen sogenannten Murke-Fuck. Aber der schmeckte natürlich nicht. Schade, wir haben kein Wasser, wir sind halt nur in einem Museum. Aber wir können ja nur in die Schränke schauen. Konserven, Essig, Thunfisch, Schmalz, alles was man braucht. Hier natürlich auch das schöne Geschirr. Ich stelle meine Tasse mal zurück. Habt ihr gewusst, dass es in der DDR schon unkaputtbares Glas gab? Ja, gut, das ist jetzt hier Plaste. Aber es gab tatsächlich unkaputtbares Glas in der DDR. Wurde dann nach der Wiedervereinigung nicht mehr produziert. Könnt ihr mal überlegen, warum. Alles leckere Sachen, lange haltbar und überall aufgedruckt der EVP, der einheitliche Verkaufspreis. Überall im Staat hat das Produkt dasselbe gekostet. Das Wetter sieht ja ganz gut aus, aber was ziehe ich heute an? Kommt mal mit zum Kleiderschrank. Hier im Kleiderschrank ist Technik verbaut. Ich muss nämlich die Kleidungsstücke gar nicht wirklich anziehen. Ich muss lediglich das Kleidungsstück über eine Markierung halten und schon kann ich die Kleidung wechseln. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich hier diese Elektrogeräte sehe. Egal ob Wecker, Radio oder Nachttischlampe. Kenne ich alle so aus meiner Jugend. Im Westen bin ich groß geworden. Die waren vermutlich einfach nur billig. Stand aber original so bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern auf dem Tisch. Das Badezimmer ist unspektakulär. Sieht aus wie in meiner Heimatstadt Köln. Etwa 40% der Badezimmer behauptet. Ich sehe ihn so aus, nur da hat man halt Ikea-Schränkrippen. Ich werde mir jetzt im Kino des Museums einen schönen DEFA-Film angucken. Und du klickst am besten auf dieses Video, denn dann siehst du mich nachts alleine in der Körperwelten-Ausstellung.